In Runde 2 was einfallen. Wir müssen an das Hauptfeld rankommen. Okay, Runde 3. Gib mal ein bisschen Gas. Runde 3. Gib mal ein bisschen Gas. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Runde 3. Gib mal ein bisschen Gas. 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 Du bist im Moment auf Platz 1 der Fahrerwertung. Diese Position solltest du halten. Schlag Aaron Wesley, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom achten Startplatz ins Rennen. Zieh zu, dass du dich vor Aaron Wesley setzt und einen Vorsprung rausfährst. Das paiest du dich verstehst. Ja, das ist wichtig. Doppams 야 Soul Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Auf in Runde 2, du fährst mit dem Hauptfeld mit. Auf in Runde 2, du fährst 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 mit. Das Team Ziel scheint in trockenen Tüchern zu sein. Gut gemacht. Auf in Runde 2, du fährst mit. 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 Gute erste Runde. Versuch weiter nach vorne zu kommen. Gute erste Runde. Versuch weiter nach vorne zu kommen. Gute erste Runde. Versuch. Wartest in diesem Rennen die schnellste Runde. Versuch weiter nach vorne zu kommen. 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 Hallo und danke, dass Sie beim heutigen Event dabei sind. Du hast Startplatz 16. Passt bei diesem Event nichts zu verlieren, also riskier mal ein bisschen was. Versuch weiter nach vorne zu kommen. 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 Versuch weiter nach vorne zu kommen.